Please stay. Vom alten Grafen weiß man's ja, doch was treibt Lady Dracula? Was spielt für Herrenbesuch? Wir schreiben 1976 und da ist es für Herrenbesuch nie zu spielen. Aber jetzt ist schon mit dem Spaß, jetzt geht's heim zur Mutter. Ein Vampir mit seinen Hauen beißt Minister und Abbauern. Ein Vampir liebt die Methodik, in seinen Zähnen liegt Erotik. Wenn Sie mich fragen, dann keine Thesen, hätte ich keinerlei Gewalt anwenden. Ich frage mich einfach nur, wo das Blut ist. Der Vampir. Äh, hören Sie doch die Klappe. Und, als was hat er nicht gesehen? Als Vampir mit Flügel und solchen Zähnen. Da muss er aber sehr getrunken gewesen sein. Saat ihn. Mit einer Kontasse drin. Lady Dracula in Liebe folgt im Sarge ihrem Triebe. Auch Lady Dracula in Kummer erlaubt sich mal eine kleine Not. Aber diese Vampirworte kosten uns die letzten Haare. Vampirworte? Ich nenne sie so. Er lebt wieder? Ist alles in Ordnung? Ja. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Hat er sich gelästigt? Das geht's ja. Ein Vampir in seiner Not beißt einfach zu und man es tut. Hat der Vampir beim Blut die Wahl? Ist rot und blau ihm ganz egal. Aber ich brauche keine zwei Minuten, um die wegen Mordverdacht zu verhaften. Lady Dracula in Lady Dracula. Seid mal fürchtet, ist sich vor einer Leiche. Sie hat sich ja auch gefürchtet. Ich hab mich gefürchtet, was Sie sich gefürchtet haben. Jung Frankenstein ein alter Hut, wenn Lady Dracula es tut. Mein Mord ihm noch ein Mord. Hier sieht man, wie den Kommissare vor Lust beißt Lady Dracula. Wo verzerr willst. Dann sagst du jetzt schön, was du gesehen hast. Nichts. Mit Lady Dracula im Arm wird jeder katt und keiner warm. Ich bin in der Anladung. Ah ja, muss ja nicht heute sein. Ich bin ja noch ein paar Tage hier. Kett sie doch weg! Was ist denn mit Ihnen? Es gibt doch keine Worte. Doch, 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 lassen Sie mich! Lady Dracula voll Glut, schlürft täglich gut, fünf Liter Blut. Kaum ist sie dort, schon ist sie da, die blonde Lady Dracula. Jeder stritt zu Ruhm und Licht. Lady Dracula tut sowas nicht. Ein Vampir in Leidenschaft, raubt jedem Menschen Kraft und Saft. Hier sieht man, was noch keiner sah, so treibt die Lady Dracula. Der Vielen Dank.